Ja, die Kanone ist halb mau auf dem Panzer, also ich finde sie wirklich nicht gut. 128 Schaden, 115 Durchschlag oder umgekehrt? Guck mal hin. 115 Schaden, 128 Durchschlag. Kommt da noch mehr oder war es das? Die einzige Kanone, die er noch hat, die ist genauso schießen und ein klein wenig schneller. Juhu. Genau, Juhu. Kannst du öfter schießen und mehr Abpraller kriegen? Genau so. Also ich schieße wirklich nur ein 40 schneller. Die werde ich mir nicht holen. Ich glaube, ich könnte zur Not hier auf die 10 Fünfer wechseln und dann mit HE schießen. Aber ja, damit erschrecke ich auch keinen Panzer mehr. Also ich fahre heute nicht auf E1, ne? Nicht? Nein, nein. Ich dachte, das wäre die perfekte Position für deine UI. Eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ich bin nämlich so langsam. Ich bleib mal ein bisschen weiter hinten. Und schieße ein bisschen an Panzern vorbei. Ich habe den gekettet, du. Ich werde wahnsinnig. Kritischer Treffer. Ist ja Pech, passiert. Über sowas darf man sich echt nicht aufregen. Nee. Nee. Ich bin ja ganz froh, dass ich überhaupt getroffen habe. Da flitzt unser E25 wieder. Warte. Der andere hatte die gleiche Idee. Jetzt fährt der E25 wieder hin, zu E1. Kann natürlich sein. Der hat einen sehr guten Tarnwert, dass er nicht aufgeht. Ich hatte letztens ein Gefecht. Und da stand der 60 Meter von mir weg. Dem schlagen aber schon Schüsse ein. Der hat auf mich geschossen, hat mich eigentlich auch rausgenommen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Und der stand, ja, 60 Meter ungefähr vor mir. Oh. Ich wusste, wo er steht. Ich habe den hingeschossen. Zwei Mal habe ich ihn getroffen, aber er ist beim Schießen zugegangen. Ja. So einen guten Tarnwert hat er. Das ist natürlich heftig. Nein. Jetzt fahre ich ein Stück vor. Ich sehe hier nämlich nichts mehr. Der ist abgeprallt. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich komme beim Tiefenreisen nicht durch. Und das Wanne-Van. Ja, so genau kann ich nicht ziehen auf die Distanz. Ist drei links von uns. Hm. Ich kann aber nicht drauf schießen. Er ist jetzt auch gerade wieder abgetaucht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Dann ist aber auch ungenau, du. Wie bitte? Die Gann. Die ist ungenau. Ja. Oh Mann. One more. Hmm. So, Chiri. Komm bitte an den einen noch. Weg nicht durch. Immerhin beschädigst du ihn wenigstens. Ich muss jetzt schon auf HE wechseln, damit ich überhaupt irgendwie Schaden machen kann. Okay, jetzt ist er weg. Ohne, du Chiri, Junko. Hm. Ja. Endlich. Das war mein Geschütz. Hey. Die Kanone funktioniert wieder, aber die Visierung stimmt nicht mehr. Unser Benzintank wurde getroffen. Wo sind sie hin? Wirkungstreffer. Fand ich zu weit nach vorne? Ich fang eigentlich über die Straße rüber, weil ich nämlich von hinten beschossen werde. So. Achso. Ich werd von da auch beschossen. Gar nicht dran gedacht, dass er ja der Panther noch war. Hatte ich doch eben noch gesagt, oder? Ohne, ich weiß denn wirklich noch nicht Chronos ist. Ohne. Ja. Das war der Fall schwer. Achso, ich weiß, es ist schonmal jeder. Hier müssen wir uns annehmen. Pette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. 56 Leber drin noch. Bis auf einen Bouncer gleich am Anfang. Jeder Schuss, ein Durchschlag. Der Panther 2 hat aber auch wirklich eine gute Kanone. Aber trotzdem kann auch mal was bouncen, Mensch. Ja, aber die hat also deutlich über 200 Durchschlag, glaube ich. Wenn ich gucke, alles, alles durch die Frontplatte. Echt? 150. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Und das war's auch. Ich glaube, ich habe nur einmal Schaden gemacht, so wenig Schaden wie da war. Danke.